Der Fahrrad rief in der Türkei zu 5.30 Uhr, mit dem E-Ros. Da kann man sich die eigenen Bereiche anziehen, das ist hier von der Trennungsbesitzer. Im Schlagabend hat man hier ein Faschenkundetrieg und der Kumpel von Lingl. Der R-O-D-S-N-D-L, und der R-O-D-Türkei und B-L-P-W-M-P-E-S-T, von der Türkei von Lingl, der es für die Haskensicht ist und die Wurstivkei wird gewinnen. Wir werden bei den gleichen Abgrund auf die gleichen Fragen, wo wir gegen den dritten Land stehen und geben die Zeit von der Verdrückung noch Antikoden. Und das sind jetzt Antikoden und die Anwendungen zu haben. Wir machen jetzt mal einen Abstand und machen jetzt mal einen Abstand. Also wir haben jetzt jetzt gelesen, wir haben eine Nebresch und wir haben eine Ecke. Ich komme zu einer klassischen Schütze. Das ist ein bisschen der Grainet, aber dann müssen wir uns wieder aufstehen. Grainet? Von den Hüften. Und jetzt kommt es zu 6,5 Uhr für sich in 6,5 Uhr. Und jetzt kommt es zu einem Platz. Und jetzt kommt es zu einem Platz. Nein, ich bin nicht. Also, wir brauchen uns noch zu schlau. Das ist 15. Das ist 10,5 Uhr. Das ist ganz kurz. Ah, ich bin sehr schnell. Ich bin ganz kurz. Ich bin auf der Seite der Passwort hier spricht, wo ich jetzt nicht mehr kommen kann, aber ich schenke mich nicht mehr. Ich glaube, dass ich hier nicht mehr schieße, weil ich glaube, dass ich nicht mehr, dass ich noch nicht mehr, dass ich noch nicht mehr, dass ich noch nicht mehr schieße, dass ich nicht mehr schieße, dass ich nicht mehr schieße. Die Bühne ist in der Nähe von 6.5.6.6.7. In der Nacht Das war's für heute. 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 Das war's für heute.